Hallo, Nando Raphael, zu Gast vor dem Gastspiel der Fortuna aus Düsseldorf bei uns hier im Revier-Power-Stadion am kommenden Freitag. Wir haben dich natürlich mit Bedacht ausgewählt, nicht nur weil du A, Neubahn VfL bist, sondern weil du B, natürlich auch eine Vergangenheit bei Fortuna Düsseldorf hast. Erzähl mal, wie war es damals in Düsseldorf? Ich habe dann eine schöne Zeit gehabt, was die Stadt angeht. Sportlich natürlich, es konnte besser laufen, weil wir sind dann abgestiegen. Das war nicht so schön, aber ich habe schon ein paar gute Erinnerungen, guten Menschen, guten Spielern gehabt, ein paar Leute, die ich gut kenne im Laufe der Jahre. Deswegen freue ich mich, um den wieder zurückzusehen. Gibt es hier noch irgendjemanden bei der Fortuna aus deiner Zeit, der noch aktiv da jetzt mitspielt? Der Bozek ist noch da, Oliver Fink, glaube ich, der Axel Bellinghausen. Das war es dann eigentlich. Und ja, Mathis Boullier, aber der ist jetzt verletzt. Ja, das war es dann so ungefähr. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch im Vorfeld schon mal ein bisschen hin und her gehen und schon mal so ein bisschen angetestet, wie der Gegner jeweils drauf ist oder wie haben wir uns das vorzustellen? Ja, ich denke, die haben jetzt Erfolg gehabt in den letzten Spielen. Die werden natürlich hier mit einem bestimmten Selbstvertrauen kommen und ja, die wissen, wir sind Tabellführer und ich denke, dass wir einfach unser Spiel spielen müssen. Und dann werden wir natürlich sehen, am Ende, wer da als Sieger vom Platz geht. Und wir werden alles versuchen, die drei Punkte hier zu behalten. Spürt ihr das jetzt schon? Also die Fortuna gehört jetzt auch zu den Mannschaften, die das Motto aus- oder erhebt und ausgibt von wegen, wir wollen den ungeschlagenen Tabellenführer schlagen. Also spürt ihr das? Nehmt ihr das besonders wahr? Ja, vielleicht jetzt noch nicht direkt. Wir haben noch zwei Tage, aber ich bekomme so Kommentare von Freunden und Bekannten, dass es natürlich ein schweres Spiel wird. Ja, und es ist natürlich auch ein Derby, ein Revierderby. Ich denke, dass viele Leute im Stadion kommen würden am Freitag. Und für mich natürlich ein besonderes Spiel gegen Ex-Vereinen zu spielen. Und ich denke, dass wir da einfach Gas geben müssen und unsere Spiele spielen müssen, was wir in den letzten sechs Spielen gemacht haben. Und dann werden wir natürlich auch hoffentlich als Sieger vom Platz gehen. Deine Quote gegen Ex-Vereine ist gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Das stimmt, ja. Bis jetzt hat es gut geklappt gegen Gladbach, gegen Hertha. Einige Gegen Sandhausen warst du dreimal dicht dran. Ich kann mich an drei Aktionen von dir erinnern. Einmal auf Zugspiel Felix Bastians, wo du den linken Huf reingehalten hast, knapp am Pfosten vorbei. Dann einmal aus spitzen Winkel an Marco Knaller gescheitert und dann in der Nachspielzeit. Das Ding habe ich eigentlich schon drin gesehen. Ja, ich eigentlich auch. Aber ein Torwart ist natürlich gut gehalten. Ich denke, wenn man ein bisschen länger spielt, kann man natürlich auch ein bisschen länger und besser im Spiel kommen. Und ich bin froh, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, um da reinzukommen. Hoffentlich natürlich jetzt beim nächsten Spiel wieder Spielminuten zu bekommen. Und ich denke, dass für jeder Stürmer natürlich ganz schön ist, wenn man spielt und trifft. Ja, da hat man natürlich schon die Aufgabe erledigt. Aber es geht natürlich jetzt um die Mannschaft, um den erfolgreichsten Mannschaft. Und da ist jeder verantwortlich dafür, ob man jetzt spielt oder nicht spielt. Aber ich denke, dass es natürlich ein wunderschönes Erlebnis sein würde für mich, wenn ich jetzt gegen Fortuna spielen darf und da auch ein Tor machen würde. Das ist jetzt gerade angesprochen. Es ist ein NRW-Derby, Rhein-Ruhr-Derby. Es liegen nur 50 Kilometer zwischen beiden Städten. Das macht sich bemerkbar. Wir haben vielleicht ein ausverkauftes Haus. Das hoffen wir alle. Ist das so eine Atmosphäre, die einen besonders motiviert? Das auf jeden Fall. Ich meine, Freitagabendspiel ist immer so. Und ein Derby und ein volles Haus. Ich denke, dass jeder Spieler dafür träumt, um vielleicht jedes Wochenende ein volles Haus zu haben. Und das ist natürlich, wir haben die Kulisten für uns. Und die Leute erwarten natürlich auch, dass jeder Spieler da bestimmte Leistungen bringt. Und das wollen wir alle auch. Und ich freue mich natürlich so sehr, um hier bei so einem Verein zu spielen. Bei solchen Fans, die überragend sind. 90 Minuten lang hört man den. Und da wollen wir natürlich auch alles dafür geben, sodass wir am Ende, so wie die letzten Spiele, hier zu Hause auch mit den Fans feiern können. Die Stimmung ist gut im Umfeld, innerhalb der Mannschaft. Und sie ist auch deshalb gut, weil, und dafür ist Sandhausen und dein Einsatz in Sandhausen auch mit der beste Beleg, weil man gesehen hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Schlüsselspieler wie Simon Terrode ausfällt, derjenige, der reinkommt, der setzt ihn quasi eins zu eins. Also da haben wir auf jeden Fall Qualität auf der Bank, sei es, dass es Peniel im Lapper ist, sei es, dass Nando Raphael ist, sei es, dass es ein Giuliano Bernaldum ist, der zum Beispiel in Sandhausen reingekommen ist. Macht sich das tatsächlich so deutlich bemerkbar auch bei euch? Aber ich denke, dass das auch von Niveau hier, das zeigt sich natürlich auch bei jeden Trainingseinheiten, dass der Konkurrenzkampf natürlich da ist, dass ein gesunder Konkurrenzkampf da ist. Der Beste soll einfach spielen. Und ich denke, dass, was ich hier vorher gesagt habe, dass die Beziehung in der Mannschaft untereinander sehr gut ist und jeder gönnt einen anderen guten Spiel und die Tore. Und ich denke natürlich auch, dass die Motivation da ist, wenn man von der Bank kommt und länger spielen darf, dass die Jungs, die schon länger spielen, dich einfach gut aufnehmen und dann versuchst du einfach da Gas zu geben und das zu spielen, was du kannst. Und dann wird alles von alleine kommen. Klar, ich denke, was ich vorher gesagt habe, für jeden Türmer ist es natürlich wichtig, wenn man trifft. Aber gut spielen ist natürlich auch nicht unwichtig. Und ich freue mich natürlich, dass ich da an drei Aktionen beteiligt war. Leider nicht getroffen und hoffentlich natürlich so weiter zu machen. Und dass das Unterschied natürlich geringer und kleiner wird. Und das zeigt uns natürlich als Mannschaft, dass wir da ausgeglichene Spieler haben in jeder Position. Mal angenommen, du triffst am Freitag gegen Düsseldorf, vielleicht sogar entscheidend, schon eine spezielle Jubelchoreografie überlegt? Weiß ich noch nicht. Je nachdem. Aber wir haben schon einiges im Paeto. Aber dafür müssen wir mal gucken. Wenn irgendwann, wenn ich getroffen habe, dann lasst euch mal überraschen. Dann gibt es einiges. Was? Untertitelung des ZDF, 2020